hallo und willkommen zurück auf meinem kanal grounded ist unser spiel und dankeschön marcel deine kommentare sehr hilfreich wunderbar ich freue mich immer sehr die kommentare zu lesen nur ist natürlich sehr sehr viel auf einmal und mal gucken was ich davon hier heute überhaupt finde bzw vor finde als allererstes sollten wir auf unsere gesundheit achten und wir müssen unbedingt was essen bedeutet wir sollten einen grill herstellen groß fleisch essen ist keine gute idee davon sterben wir relativ schnell sogar so war es da den grill also wir brauchen noch ein kiesestein und trockenes trockener grassbrocken ja okay den baum war aber nicht hier sondern am besten direkt vor ort und ich hoffe dass ich keine spinne über den weg laufe und ja marcel ab und zu tue ich auch ein bisschen produzieren war zum beispiel auch sehr hilfreich dadurch dass man roter defekt war naja trinkpäckchen aus los los haben wir sein trinkpäckchen hat er mir gesagt da werden wir auch was zu trinken finden das sieht gut aus und müssen wir ja auch und im dunkeln ist recht schwierig sich zu orientieren muss ich feststellen aber momentan geht es noch und später wenn wir auch noch eine fackel bauen würde ich sagen also die dose ja sehr schön so jetzt brauchen wir erstmal trockenes gras und trockenes gras ach ja da fällt mir ein genau den helm den hatte ich ja gar nicht mehr auf beim letzten mal und wir können natürlich auch direkt hier reparieren und wieso habe ich den nicht unten in der leiste ok jetzt haben wir gut analysieren müssen wir auch noch und jetzt haben wir lose fleisch das können wir erst mal grillen und herstellen spießgrill ja so und mit ja ja nicht nur ins inventar legen also erstmal das gras natürlich hier auch wo bist du wieder hallo aufwachen sind ja gar nicht immer nur was das sieht aus nein würde sagen eine kacke lag oder sowas ist das da müssen wir hin kiesel kiesel ja ja es wäre eine fackel vielleicht doch besser erst mal machen wir das hier fertig soweit genau und in ein kiesel das lassen wir nicht liegen nehme ich mit und schon jetzt im kiesel bevor uns eine spinne erwischt das wäre toll da ist eine nicht gut finde ich jetzt den kiesel einen kiesel ein kiesel ja so da hin und ja ja okay so mal gucken woran sehen wir dass es fertig ist mal schauen so okay dann den rest haben wir jetzt wieder eingepackt ja na dann machen wir doch mal nach im inventar wirst 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 jetzt echt alles gegessen egal wir haben noch und dann würde ich sagen wir beraten noch mal das war das restliche und dann sehen wir zu dass wir den grill hier wieder einsammeln und los kommen wird fertig wird fertig hopi hopi moment ich habe eh gedrückt und was hieß das jetzt wir haben es auf jeden fall das ist schön ja löse braten den habe ich immer noch nicht aufgesetzt jetzt aber jetzt endlich mal okay und mit x zerlegen jetzt werde ich aber noch eine fackel herstellen moment wie war das nein ah hier glaube ich ne ja eine fackel wir haben sogar alles dabei wie schön ist das denn nein nicht schließen inventar denn wir müssen die ja noch ausrüsten und wir machen das so ja ja das glaube ich ne ganz gute sache hm ist das denn reißzwecke angepinnt okay gut aber wir sollten jetzt auch die fackeln noch nehmen jo mit ein bisschen licht läuft das doch auch gleich viel besser glaube ich und war das alles kann auch nicht alles gewesen sein oder er war auch mit das ist echt alles kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen okay na gut auf geht's spinnen bleibt da wo ihr seid ich versuche euch nicht über den weg zu laufen das bestreben ist ziemlich groß sogar hoch da komm sind wir gleich richtig das ist ja klasse nö noch nicht ganz so so kommt moment bin ich da weggelaufen oder was irgendwie ich hoffe hier sind keine spinnen naja ob das gut war weiß ich noch nicht so genau wo muss ich denn jetzt hier lang da hinten leuchtet ist also hier bin ich doch eigentlich falsch oder so komm 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 der rüsselkäfer jetzt endlich ja man verläuft sich auch ziemlich schnell tut mir leid also wie gesagt die orientierung bei nacht ist nicht ganz so toll und muss natürlich dazu sagen während ich aufnehme bin ich auch ein bisschen im stress und zwar dass ich auch möglichst alles richtig mache gut ok hier hast du gesagt längere zeit drücken dann wird das werden das machen wir mal okay das wäre schön erkläre uns wie geht es weiter aber nicht doch so was wirklich das geht nicht wieso war das klar jetzt liegen im garten ok bis jetzt auch keine gesehen ja ok chips für belohnungen verstanden älter müssen auch nicht immer alles wissen besonders wenn wir so klein sind ich habe einige fragen über dich ich habe einige wissenschaftsfragen nö eigentlich eher nicht doch dass mit etwas anderes dann kommen wir ins menü ich habe einige frage ist irgendwelche aufgaben für mich genau wird noch hier ein chip gefunden dann können wir scheinbar nutzen gut den chip haben wir eingebaut was können wir hier noch machen die wissenschaftspunkte das ist schön 1000 was haben wir denn 300 300 ist aber ein bisschen wenig ja da müssen wir noch daran arbeiten also einiges analysieren und analysieren genau stichwort wir wollten noch analysieren drei versuche haben wir das erste und knackige 20 punkte dazu gekriegt schön das sollte ich auch analysieren kleb und schon kleber entschieden ja an der rüstung arbeite ich noch aber ich schätze mal vielleicht liegt es ja auch am ameisenkopf dass ich glaube ich noch nicht so viel bauen konnte wanddeko nein ich hänge mir doch keine naja egal wo sehe ich jetzt meine punkte ich sehe meine punkte nicht nicht so dramatisch aber ich würde sagen eine weitere analyse kriegen wir jetzt gerade nicht mehr hin wir müssten also 5 minuten 26 warten und ich müsste noch das gras analysieren und so weiter und so weiter chips finden batterien bauen laden wie auch immer aber das schaffen wir heute nicht mehr also ich hoffe es hat euch gefallen nehmt da noch ein abo mit bewertet kommentiert macht's wieder Marcel sehr hilfreich dankeschön nochmal und dann sehen wir uns beim nächsten mal ciao